Aber, wenn wir gerade für die Mädels reden, wir alle wissen, wo der Uwe ist, ist die Angela nicht weit. Vor zehn Jahren, mehr als zehn Jahren, hat diese badisch-bayerische Liebesgeschichte begonnen und ist bis heute nicht zu Ende. Warum? Weil der Uwe die berühmten drei Worte nie vergisst. Wir begrüßen, von mir, habe ich dir ins Ohr geflüstert, du hast sie weiter erzählt, und da drüben steht die Frau, die den Grand Prix, was sage ich, die alles gewonnen hat, was es in unserer Branche zu gewinnen gibt. Vor allem aber die Gunst des Publikums mit ihrem Jodelgesang. Und sie hat uns heute den Erzherzog Johann Jodler mitgebracht, Angela Wiedel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wie hast du das?